Ja, es ist schon fast wieder soweit. Der Stoppelmarkt steht vor der Tür. Wir stellen unseren Sticker vor, die 24. Auflage. Und in diesem Jahr widmen wir dem Bürgermeister, der seinen letzten Stoppelmarkt feiert, Helmut Gehls. Auch erkennbar an den Anfang- und Endbuchstaben des sogenannten Hannemachs, der für alt und bewährt bei uns im Gewerbe steht. Der läuft immer noch und für uns eine große Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Hiermit bedanken wir uns bei unserem Bürgermeister. Ich freue mich natürlich riesig darüber, erstens diesen Stick in meinen Händen zu halten, weil er sinnbildlich dafür steht, Stoppelmarkt rückt näher. Damit eines der ganz großen Ereignisse in der Stadt Vechta, auf das ich mich immer wieder freue, gerade jetzt auch in diesem Jahr ganz besonders freue. Ich freue mich natürlich auch über die Ehre, die mir dadurch zuteil wird, dass dieser Sticker mir gewidmet ist. Ich weiß aber, dass ich nur symbolisch dafür stehe. Dieser Sticker steht eigentlich für alle Menschen, die hinter mir stehen, die diesen Stoppelmarkt in seiner Form, wie er sich heute präsentiert, erst möglich machen und möglich gemacht haben. Ein kleines Kuriosum, dieses HG steht ja in dem Wort Hannomag mit drin und früher als Kleinkind hieß ich Hanno. Insofern passt es.